Hallo und Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge LS25 auf der Hofbergmanns Zoo. Äh, ja. Müssen wir wieder neu einstellen ein bissel. Da hat man 30 genommen. 0 Grad passt. Sollte jetzt passen. So. 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 . So. 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 Da haben wir noch viel besucht, naja, ein paar Bahnen haben wir noch, weil nach dem Bahnband kann ich es nicht zählen, weil die sind ja ein bisschen anders, als mit dem Ding. Bei A bin ich mit VCA gefahren, B andere Arbeitsbreite. Aber es kann sein, dass es bei Beten nicht so wirklich hinhaltet. Die nächste dürfte fast voll passen. Die passt ja schon hier, wie ich sie jetzt vorher schon einigermaßen gut. Und Attacke feuerfrei. Okay. 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 So, Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, wieder alles eingeschaltet, mal stündendurch mal schnell eins tut, verdauen, muss ja auch mal sein. So, wieder alles eingeschaltet. 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 mal zum schlazen habe ich jetzt die perfekte Mucke ist so richtig Gaspedalmusik ich merke sowieso die Musikrichtung hier Tomorrowland habe ich mir gerade einen Remix drin von 2024 und da gibt es ein paar gute Dinger die bringen Tint auf den Föller wie man so schön sagt jetzt hatte ich gerade so viel Rutsch hin dass du gerade wieder losdrehen kannst zum Schluss aufpassen dass ich hier nicht die Einfahrt verpasse so jetzt Rock so wie sind wir jetzt alles wenn ich mich gerade dran Easy. So. Das ist gar nicht so einfach. So, kann man so stehen lassen. Aber das war der taktisch praktisch Ding eingeparkt und wir sind auch am folgenden Ende. Ich verabschiede mich von euch. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen da, denn ich bin raus. Ciao, ciao, sagt euer Jaso.